Leckere Punica Naturkräuterextrakte in den grünen Streifen. Und nicht vergessen, regelmäßig putzen. Natürlich. Denn per Garten. Für kräftiges Zahnfleisch und feste Zähne. Alles deutet darauf hin. Es tut sich etwas. Überall kommen jetzt immer mehr auf den Geschmack von NutraSuite. Diese reine, klare Süße gibt vielen guten Dingen den vollen Geschmack, den wir alle lieben. Nur mit viel weniger Kalorien. Achten Sie auf den NutraSuite-Hinweis bei allen Produkten, die Sie besonders mögen. NutraSuite. Die Welt kommt auf den Geschmack. Sunil ist neu, das fühlen wir. Sunil ist neu, das fühlen wir. Mit neuen Augen sehen wir dich und fühlen, was dir besser ist. Oh, 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 oh. Sunil ist neu, das fühlen wir Tag für Tag. Was gut für mich ist, weiß ich selbst am besten. Das flüssige Sunil mit Weißspüler. Der Mond bringt die Frau zum Mann. Ausgezeichnet mit dem silbernen Beeren der Berlinale 88 für die beste Regie. Du hast mein Leben ruiniert. Du hast mein Leben ruiniert. Gewinner von zwei Golden Globes. Du, du hast einen Knütschfleck am Hals. Du bist dabei, dir dein ganzes Leben zu versauen. Nominiert für sechs Oscars. Ich liebe dich. Hör bloß mit sowas auf. Ich bin so verwirrt. Cher Nicolas Cage in Mondsüchtig im Kino. Sind Sie sicher? Oui. Danke, Schnitt. Loulou? Habt ihr Loulou gesehen? Kennst du sie? Sie ging gerade weg. Ich sag dir doch, sie ist weg. Loulou? Oui? C'est moi. Loulou. Das neue Parfum von Cacharel. Meine Herren, wann hat Ihnen zuletzt eine Frau gesagt, Mann, bist du klasse? Ist schon lange her? Nun, wenn Sie sich unseren Film ansehen, dann werden Sie merken, worauf es dabei ankommt, was Sie tun müssen, um solche Komplimente einzuheimsen. Aber Vorsicht, nicht alles, was George Siegel in dieser turbulenten Komödie anstellt, ist auch wirklich zur Nachahmung empfohlen. Und außerdem braucht es unbedingt eine Partnerin wie Glenda Jackson dazu, die für ihre Rolle in diesem Film einen Oscar bekam. Du, Spätapfelsine, ist es bald soweit? Geduld, Blüte. Wir brauchen bis zu 13 Monate, bis wir reife Valencia-Spätapfelsinen sind. Da sind wir wohl was ganz Besonderes. Ja, unserem Anteil verdankt Valencia, dass er so herrlich fruchtig schmeckt. So wie Apfelsinensaft schmecken soll. Ditt Meiers Valencia. Gestern noch vor der Norden bei Wintertemperaturen um 2 Grad. Heute wehte auch hier ein laues Frühlingslüftchen. Zu genießen war es allerdings kaum. Der Regen zog mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Zur Wetterlage. Auf der Westseite eines Tiefs über der Ostsee fließt kalte Meeresluft ein und ist morgen für uns wetterbestimmend. Dabei wird es zunächst noch einige Schauer geben, vereinzelt auch kurze Gewitter. Im Tagesverlauf lockert die Bewirkung dann auf und der Regen lässt nach. Die Höchstwerte durchschnittlich um 6, in Berlin bei 8 Grad. Teils aufgelockerte, teils starke Bewirkung morgen auch in Österreich. Besonders im Norden und Westen noch etwas Regen. Die Höchstwerte zwischen 3 und 10 Grad. In der Schweiz im Westen und Süden freundlich, sonst bewölkt und zeitweise Schauer, bei Temperaturen um 6 Grad. Auch in der Nacht allgemein regnerisch und Tiefstemperaturen in allen drei Ländern um 2 Grad. 2,5 Grad. Die Flüchtlinge Die Flüchtlinge Die Flüchtlinge Die Flüchtlinge Ui, ich glaub, sie tut's doch. Bitte, Mama. Tja, früher blieb gerade, wenn bei niedrigen Temperaturen gewaschen wurde, oft mal ein Schatten in der Wäsche. Also nochmal zurück. Mit dem handlichen Ariel wird alles porentief rein. Egal bei welcher Temperatur. Mensch, Mutti, Wahnsinn! Alles rausgegangen! Nicht meinen Schatten zu sehen. Gut, dass ich dich hampen. Ach, hier steckst du, Schwester Hartz. Los, du Schlumpf, lass mal meine Bluse rüberwachsen. Bluse? Welche Bluse? Ariel, für porentiefe Reinheit ohne den kleinsten Schatten. Fioretto von Lind. Fioretto, Zauber der Verführung. Fioretto von Lind. Verführerisch leicht umhöhlt. Verführerisch reich gefühlt. Fioretto von Lind. Zauber der Verführung. Die Zähne sind dein schönster Schmuck. Das höre ich gern. Besonders, weil es die dritten sind. Ich pflege sie so sorgfältig, wie ich mich pflege. Mit Corigatabs mit der Bioformel. Die sprudeln sauber, sprudeln frisch. Ich schmücke mich gern mit meinen Zähnen. Corigatabs, gepflegt vom Kopf bis zu den Zähnen. Ihr Wohlbefinden hängt von der Harmonie ihrer Umgebung ab. Darum erfüllen sie sich jetzt den Wunsch nach einem behaglichen Heim. Mit Ardo Gardin. Schick. Romantisch. Kostbar. Traumhaft. Ardo Gardinen gehören ans Fenster. Ardo. Wie mit der Goldkante. Ist da wer? Ja. Chocolat Royale. Russo Chocolat? Hm. Ich zeige ihr auf der Zunge. Probier doch mal. Was jetzt? Feine Mousse mit echter Schokolade und frischer Alpensahne lässt man doch nicht stehen. Wieso nicht? Weil ich von Nestlé bin. Na, sag das doch gleich. Und für unterwegs, ganz neu die weiße Royale. Oder Vanille Royale. Nestlé. Qualität ist unsere Natur. Meine Dauerwelle. Vier Wochen alt und schön wie am ersten Tag. Genauso elastisch, genauso glänzend. Voll Volumen. Was ist passiert? Ich habe eine Gans entdeckt. Eine Gans ist eine Revolution. Es gibt eben Haarpflege. Und was verblüffend ist. Neue Sprungkraft. Energans von L'Oreal. Pflege und Sprungkraft für dauergewähltes Haar. Meine Dauerwelle war noch nie so lange so schön. Können es sich moderne, sportliche Frauen eigentlich erlauben, Schokolade zu essen? Ich bin die Bettina Berger. Also ich mag wahnsinnig gerne Schokolade. Am liebsten hätte ich einen Mann mit einer Schokoladenfabrik. Aber die Schokolade muss leicht schmecken. Das ist wichtig. Deswegen mag ich am liebsten Joghurette. Ja, die Joghurette, die schmeckt so himmlisch Joghurt leicht. Kann der Peter morgen überhaupt seinen Geburtstag feiern? Ich glaube schon. Denn er kriegt jetzt eine wirksame Medizin gegen seine Erkältung. Unser gutes Vigvaporub. Die heilsamen Dämpfe von Vigvaporub befreien die verstopfte Nase und lösen den Husten. Ihr Kind schläft sich gesund. So, ich glaube wir können morgen Geburtstag feiern. Oh ja, Mami. Vigvaporub. Gute, wirksame Medizin. Sind Sie sicher? Oui. Danke, schnitt. Lulu? Habt ihr Lulu gesehen? Kerstin. Sie ging gerade weg. Ich sag dir doch, sie ist weg. Lulu? Oui, c'est moi. Lulu, das neue Parfum von Cacharel. Das erste Wort zum Thema Gründlichkeit. Was meinen Sie, meine Damen? Ata. 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 Ata, Ata, Ata. Ata, das erste Wort zum Thema Gründlichkeit. Hör mal, wenn wir noch was zu essen haben. Das Wort zum Thema Gründlichkeit.